Jo, hi, willkommen, mein Name ist DaneroLP und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Tales of Xylia. In der letzten Folge sind wir wieder in Laurent angekommen, haben direkt einen geklatscht bekommen von unserem Vater und ja, jetzt müssen wir zurück zur Klinik. Weil, keine Ahnung, Mila ist irgendwie gesund. Hi, ich bin froh, dass es dir gut geht, du solltest dich erstmal ausruhen. Hier ausruhen, jo. Nein, kostenlose Übernachtungen. Das heißt, irgendwas wird passieren. Drei Wochen später. Da müsste ja schon Level 100 sein. Wann, aber dann hat er gleich im Rilla auf. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Wann? 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 Was? Wann? 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 mit der kämpfen. weil sie stur ist oder stolz der typ kind die erst drei wochen denkt der weiß schon direkt alles oder was ich mag den typen nicht was ist hey was hat es mit tauben auf sich was sie kann sie kann mit uns kämpfen wieder wir können sie auch werden wo so wie die jetzt drauf ist geht ja tot in den kampf na ja intelligenz fünf prozenten ja klar doch psychisch magische verteidigung glaube ich ja muss eigentlich sein sollten sonst ein ok und ja dann ja was denn die 70 kp kann ich verzichten macht jetzt noch keinen unterschied mehr intelligenz ja ja super jetzt haben wir gerade aber schon geschockt verdammt hätten wir für sie eher was kaufen können verdammtes timing verdammtes video spielkammer was 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 Es hat etwas zu tun mit Fenmont, nicht wahr? Das ist wo du mit Mila kennengelernt hast. Sie versucht zu zerstören einen secreten Rauschegal-Military-Weapon. Sie benutzt etwas wie eine Spyrex. Sie sagen, es ist ihre Mission zu retten, die Welt zu retten. Eine Spyrex. Ja? Jude, buddy, Superfell, slap me some face! Ja! Ja! Was in meine Welt? Elis, was du hier machst? Na, wir kamen zu sehen. Wir wollten Sie auf Ihre Rückkehr. Wir haben noch nie gehört, die Geron. Schön, dass Sie auf Ihren Fuß sehen. Es ist alles dankbar zu Jude und Leia. Rowan? Es ist schon lange, Jude. Und ein Spaß, dich zu treffen, junge Frau. Mein Name ist Rowan. Oh, äh... Hallo! Gut, gefällt mir. Wir sind wieder zu fünft. Es wird nur noch der große Apfel. So, das ist das Geron für Ihre Rückkehr. In Asperixis, wie Sie es sagen? Faszinierend. Willst du dich auf einen Moment? Frau Dracel hat gesagt, dass ich eine vacation mache. Und Frau Elise war die größte Persistentin in ihrem Willen zu sehen, Mila. Nicht uns schulden, Butler! Du bist derjenige, der sich schlapp auf dem Job zu machen. Das ist nicht so, wie du. Das ist wahr. Dieser butler hat sich ziemlich enttäuscht, seit dem Zeitpunkt. Insofern, eine besondere Frage ist am Anfang meiner Meinung nach. Ich verstehe. Ich wünschte, dass wir mehr Zeit für die ganze Geschichte hören, aber... Mila und ich planen zu verlassen, Leronde so schnell wie möglich, wahrscheinlich morgen. Ich weiß nicht, dass ich das sage. Ich weiß, dass du gut genug bist. Aber du bist immer wieder zurückgekehrt. Was könnte so wichtig sein in Fenmont, dass du mal wieder verlassen kannst? Eine Waffe, die sie nennen, den Lanz von Kresnik. Wie lange es dauert, der Mensch und der Spiritkind sind verletzt. Wer hat es gebaut? Der König von Raschegall? Du kannst nicht nach Fenmont, ohne wieder nach Fort Gundala zu gehen. Was für dich verletzten, die letzte Mal, wenn du diesen Ort verletzt hast? Du bist nicht gefährlich? Nein. Ich schreie nichts in diesem Weltall. Nur, dass ich einen Tag verletzt werde, um meine Mission zu erreichen. Warum ist diese Mission so sehr wichtig für dich? Weil ich bin Maxwell. Es ist meine Aufgabe, um diese Welt zu schützen. Maxwell, du sagst? Der Spirit? Mila? Der Spirit? Ist das wahr? Ach ja, wir sind auf Alvin und... Wobei, wusste halt noch keiner, oder? Es wird nicht verändern, wer wir kennen, wie wir sie kennen. Komm mal, alle. Keine Handlung, keine Handlung zu reden, zu reden. Lass uns zurück in die Seite. Das klingt wie ein Plan. Mein Team war wieder komplett. Hoffentlich. So... Nein! Was ist das denn? Guck, Mitglieder reden. Warum ist denn... Hä? Warum ist denn... Hä? Ja, jetzt weg. Wohl ich in der Klinik aus. Mit Teufel, wer ich tun... wo sind die anderen ja ich auch so nein nein ich will nicht raus danke das sollte schon wieder mit mir gibt das nur auf dass du es nicht übertreibst geübt laufen was ist mit ihm ich komme mit so bevor wir verschwinden wo ich mich noch mal hier um in der stadt seiner team man noch eine quest zu holen ist nein da würde ich nicht rein ich weiß du und ich wir sind uns nicht immer einig aber wir gehen nicht ohne diesen rollen hier weg Das ist eine gewöhnliche Worte. Menschen sind für Menschen von absolutem Macht. So viel so, dass manchmal sogar sie ihre Leben für die einfachen Idee eines. Keine Ahnung, dass Menschen nur die perfekte Menschen erwähnen, um ihre eigenen Unbefaltungen zu machen. Du vielleicht bist richtig. Zumindest, das habe ich in einem Buch geschrieben. Nun, dieses Buch handwritten ist sehr intrigante. Jude Mathis, Diary Developmental. Wait, was? For some reason it's been placed right next to bedwedding causes and cures. Come on Milo, we don't have time for reading. We've got a world to save. Und ich bin kein Bettmesser. Schön. So. Ja, das hat sich schon mal gelohnt. So. Und hallo. Tschüss. Ich hatte mehr als genug Ärger wegen dir. Jude auf sofort bleibt. Und ist das klar? Nö. Finde ich froh, dass wir erstmal besprochen haben. So. Mhhh. Mhhh. Nö. Nöö. Da ist nirgendwo. Gucken wir mal hier. Nein. Und dann nochmal hier. Hey, da waren wir's. Ha. Von hier reached. gumgum zink als schnapper hey mein kundes sorry about that und die kann ich noch am kampf teilnehmen die es ist eine gute idee ich habe eine responsabilität für meine mission für die welt und du möchtest, dass du zu diesem verdienst du bist so stark und stolzer Frau zu sehen, dass du deine entscheidung eröffnet einige alte Wände was meinst du? lord klein hat mich mit zu retten diese Lande seine Worte hat sehr viel auf meine in der Zeit bin ich sogar von dieser Aufgabe kann ich eine stoppe von Noctagall back in Fort Gondala es scheint wie er dich er ist ein Freund meiner ein meiner also das ist die 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 ihr whether you can fight against the friend or not north no way if you were real君pa you wouldn't fight um frenafahr with what strength in your resolve only will power schließen. Natürlich fährt er das. Das werden wir im nächsten Part herausfinden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.